Der eine Dude kam, sah und ging wieder. Aua. Der ist schon wieder am Recken, wenn der Pumse kommt. Ich halte echt nicht viel raus. Wo ist der denn? Ach der ist jetzt weiter gegangen, ne? So. Glaub ich. Gute Sache. Der hat der Grund, warum das viel dieses... Oh, oh, ne, 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 mal nicht da hinschießen. Nicht. Und die die blocken können, ist aber auch echt zum Kotzen. Naja. Reinlassen sie auch. Ja, voll nett. Da kann der eine Veteran jetzt hier mal was machen. So stehe ich Golems rum? Den einfach nur rum? Ja, die haben immer nicht so krass viel Bock zu machen, um was zu machen. Das sind auch die... Der wiederbelebe-O-Tron. Das auch immer. Und ich komme mal zu dir, dass du zumindest mitfiffst. Wenn ich mich hinlege, wollte ich gerade sagen. Kann der wiederbelebe-O-Tron nochmal kommen? Okay, also, so geht's natürlich auch. Auauauaua... Okay, lebe mich dann nochmal dreht hin. Und jetzt dann wieder... Und gucken, wie lang diesmal. Mittlerweile bin ich übrigens auch wieder rot... ich muss mich mal hinter meinem starken Roboter verstecken Schöner haben gekriegt Regret Prozent uns den Regressort das sind so viele und gerade werden es verlobten das ist obwohl die halt umkippen wie so seine Lüge ich versuche jetzt mal mich da hinten vorzustellen und ihn zu retten ich weiß nicht mehr so ein bisschen Gegenteil nope wenn da halt die Grütze da hinten fliegt ja dann musst du da nicht so viel daran bestimmen ich glaube jetzt vielleicht wird er da aber ich habe ein bisschen was von meinem Malus abgebaut das war schon mal erfreulich abgebaut abgewählt vielleicht auch demokratisch demokratisch abgewählt da kommt schon wieder ein Veteran 18 profitieren ne 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 sau � Wir machen übrigens. Äh, 20% pro Ding. Ja. Aaaaah, Cancer Boys! Cancer! Wo ist mein, wo ist mein Heilturm? Ich hab mein Heilturm vergessen. Nein! Wo hast du charged? Das ist ein Werfer, warum chargst der? Ja. Ähh, da ist er am Werfen. Musst aufpassen. Wer ist übrigens schon wieder gereckt, das Vieh. Woa, Cancer. Ist halt der Roboter, ne. Er rennt da halt volle Kanne rein. Ja, der gibt halt ein Shit im... Boah, ich lieg schon wieder. Nee, 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 nee. Ich mein, die Viecher halten halt auch nicht so viel aus. deswegen kommen sich dann immer noch ganz gut an den fischern und das war mal wieder in deine richtung jetzt kannst aber ich habe zwei wiederbelebungen okay ich bin ich bin rot und habe vier leben hier hier okay wiederbelebe autobots kommt mal bitte her gerade immer so weit hilfe brauchen ich versteckte wieder 6700 leben und hier sind aber die die wiederbeleben ich zeige mich mal zu denen das problem ist dass der eine dicke veteran auch immer noch lebt oh mein ja der der bot lebt hat auch gerade vielleicht ist es jetzt ein bisschen schneller vielleicht einfach mal so ein bisschen kontrolle reinkriegen kontrolle ist vertrauen ist besser ich wusste nicht dass die das schon nicht informiert ein schild dicker und ein werfer dicker sie liegen halt relativ schnell aber die schlodern globa das finde ich ein bisschen ja oder vielleicht auch nicht wenn jetzt mal down geht vorher ist jetzt schon seit 95 jahren auf 56 prozent aber natürlich kommt dann die grütze da genau hin jetzt habt ihr schon so ein bisschen weg und dann habt ihr das ja 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 genauer zeitplan ja 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 Hauptsache, das läuft doch kreuz und quer, ne? Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Ley-Linien-Bitze aber auch den Gegnern ihren Schaden machen. Ich weiß gar nicht mal, ob die uns überhaupt Schaden machen. Oder ob die uns auch nur Schaden machen, wenn wir die Glutze an den Beinen haben. Da bin ich mir noch nicht so einig. Weil die Beschreibung davon ist irgendwas in Richtung Ley-Linien irgendwas. Ich kriege in so ein paar Gegnern. Können Sie vorlesen? Laden durch Ley-Linien. Okay, kannst du ja nicht mehr vorlesen. Aua, 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 aua. Ah, Gaaah, diese Viecher. Ey, das ist ja echt wie die letzte Plage. Oh, hier sind sogar Fliegeviecher. Schakt-Pionier. Schakt-Schützer. Schakt-Tester. Zulixier. Alles. Ja, das war das x-te Mal, aber ich werde wiederbelegt von irgendwem. Ach, das ist ja ein normaler Mensch. Wem? Von Hatschum. Gesundheit. Sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen. Das sind dann die Wiederbeleberungsroboter, wenn man sie einmal braucht. Wo ist das Cancer gegen so viele Gegner die ganze Zeit? Boah, der Hero-Safe von meinem Pad, ey. Ja, ach, aber Hatschum hat sich mittlerweile auch hingelegt. Hier sind irgendwie keine Wiederbelebungsroboter. Also, ich kann das hier gerade ein bisschen tanken. Ja. Sollen wir mal irgendwie das Kack-Event vergessen und mal irgendwie... Ich weiß nicht, ist hier nicht irgendwo noch ein lowes Viech? Ja, die Drohne. Ja, ich bin halt tot, oder? Aber ich kann mich nach Rathanova sporten und dann wiederkommen. Sieh und ich. Ich weiß nicht, ob ich noch so lange da bin. Haha. Ich komme nur wieder, keine Frage. Dauer. Äh, ne. Hoff ich zwar nicht zumindest. Ne, passt schon. Prost nicht. Aber da ist ja das eine Gebiet, was wir noch nicht haben. Ja. Das stimmt. Darf er eventuell dann. Entschuldigt die reichlichen Störungen und die Granulare unordentlich. Westliche Loks-Wache. Der hart am Leuchten ist. Ja. Das ist deine Ehebietung. Bitte, bitte, bitte. Ich bin schnell wie der Wind. Ja. 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 Ja, das eventuell mit diesem Helfer-Mark, das kann ich jetzt mal. Ja, aber vielleicht macht das ja noch irgendwie fällig und sonst scheitert es vielleicht irgendwann. So, wir kriegen Erfahrung. Richtig. Nach Dicco noch hoch. Ach. Jetzt haben wir... Loll, wir haben schon alles freigeschaltet jetzt damit. War das letzte Gebiet... Loll, echt? Eine Exploratorin bekommen, oder? Was? Ja, hab ich. Also... Weil... Ich schwören können, dass da oben noch was ist und gab's nicht auch irgendwie eine Raupenbahn? Ja, dachte ich eigentlich auch. Oder waren wir da schon? Ja, dachte ich eigentlich auch. Waaah, was bist du denn für einer? 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 Mein Gott, Alter. Ich hab mich aber immer so'n Vier. Ist das die Narbe-Bahn? Komisch. Oh. Ich bin schnell wie der Wind. Durchaus. Weil mir fehlt jetzt nicht noch ein Port-Punkt. Uns fehlt noch ein Port-Punkt. Wo soll der denn sein? Ähm. Ja. So eine Frage. Äh. Ah. Ja. Wo ist denn da? Machen wir... Ah, da. Unten links. Tatsache. Das haben wir aufgedeckt, aber da waren wir nie wirklich, oder? Werde attackiert. Das kann gut sein. Also... Mir nicht ganz sicher gerade. Boah, echt. Auf jeden Fall wieder eine Milliarde Gegner dran. Muss man irgendwie... Wir können halt einfach mal Story weiterspielen. Ja, richtig. Wir können ja... Wir können mal wieder zu unserem ursprünglichen Plan zurückkehren. Und dann, äh... Vielleicht kommen wir da auch irgendwie mal dran vorbei, oder so. Sehen zumindest, wo es lang geht. Ja, dann porten wir uns also... Am Anfang. Ja, ich muss erstmal gucken, ob ich als Gegner mehr rauskomme. Aber dann ja. Ja. Beziehungsweise... Kann man das hier in der Aussichtsfahrt? In der Aussichtsfahrt? Ah ja, hier ist tatsächlich in der Aussichtsfahrt. Echt? Ja. Toll. Ja. Ist nicht so... Ist nicht so kritisch, da hinzukommen. Raustrecken nicht. Hm. Und irgendwie ist der Aussichtspunkt auch jetzt nicht so krass. Vielleicht war ich der zweite von sechs. Eieieiei. Ja gut, dann, äh, zum Anfang. Mhm. Und dann jetzt hier Story. Gucken wir mal... Vielleicht, wenn wir nicht wieder abgelenkt werden. Ach, so weiß ich nicht, ob wir jemals abgelenkt werden würden. Und später nicht. Ja. So, der Mafios. Soll ich ja nicht nachher so... Ähm. Jaaa. Du musst da rein gehen, ne? Hm. Oh, ich bin hinter dir. Ja, ich targete alle Gegner. Schon okay. Äh. Nein, 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 nein. Neeiiiin. Viip. Wo zählen die Schreckens. Was denn? Was war jetzt eigentlich noch mal unser letzter Standpunkt? Bei mir warst du gerade ein schwarzer, breitschultriger Typ. Nice. Und dann haben deine Texturen erstgeladen. Sexy, nein, Novo. Aber wir wollten nach Rata Novos. Die Novos-Crew habe sich gefeigert, über der Erde zu leben. Ja, mein, wie schafft er hier draußen im Dunkel? Da bin ich hoffnungsfroh und ehrlich gesagt freue ich mich auch sehr. Jede Information, die wir gegen Mord um uns einsetzen könnten, wäre im Augenblick Nutzbringend. Wo ist denn unser grüner Freund hin? Kanach ist vorausgegangen. Ich denke, er müsste mal einen Augenblick allein sein. Oh nee. Ekelhafte Tücher. Hallo. Das geht vielleicht auch nicht. Kommandeur, da unten ist ein Leutnant des Pakts und möchte euch gern sprechen. Sie und ein paar andere konnten aus einer gefangenen Karawane der Mordren fliegen. Sie haben ein provisorisches Lager errichtet, aber irgendwas stimmt dann. Weil da wieder ein Nas-Nesel, ne? Wir haben ein provisorisches Lager errichtet, aber irgendwas stimmt dann nicht. Leutnant Morison. Wer ist der Leutnant Morison? Und? Ihr wolltet mich sprechen? Kommandeur, sobald wir den Boden berührten, wurden wir von Mordren überfallen. Die Überlebenden wurden gefangen genommen. Und ihr konntet flüchten? Ja, Marshal Traher und Soldier und Hauptmann Thakray haben zur Ablenkung gesorgt, damit ein paar von uns flüchten konnten. Aller-Rip. Ihr habt sie getroffen? Sind sie hier? Ich fürchte nein. Sie haben ihre eigene Gelegenheit zur Flucht geopfert, damit wir uns retten konnten. Die Mordren haben sie erwischt. In welche Richtung sind sie? Ich war zugenommen. Unser Magister weiß es vermutlich. Er war der Letzte, der fliehen konnte. Aber er ist nicht hier. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Der Backslip. Der Backslip. Es holt sich immer ein paar von uns auf einmal. Dann ist das vielleicht nicht so ein guter Platz für ein Lager. Dann lass mal hier bleiben. Leutnant, ich lasse ein paar Leute hier. Zu eurem Schutz. Ich gehe dem Magister nach. Brian, ihr kommt mit. Ich musste gerade eben lachen. Der wachsame Schütze ist durch. Der wachsame Schütze, der da an den Küsten lehnt, Der ist absolut durch. Jo, wo müssen wir da jetzt hier hin? Hä? Oder was meinst du? Mit welchen meinst du? Der da, der da so breitbeinig am... Der hinten? Der, du, der. Mit dem? Der ist absolut durch. Und der hat grüne Augen. Ja, grüne Augen. Wer sind denn da so nah ran? Einfach wie der sitzt. Der sitzt gar nicht. Geht. Hier steht der. Steht? Nee, der sitzt. Steht der. Alter, der sitzt doch da. Komisch. Der steht hier einfach ganz normal. Okay. Buggame. Warum brenne ich? Pilze. Können wir die bitte irgendwie ignorieren? Männer, müssen wir weiter. Pilze. Alter, du das hier. Höllenspinnen. Höllenspinnen, ja, okay. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? What the fuck? Was war das gerade? Alles in Ordnung. Alles ein bisschen verschwommen. Was war das denn jetzt gerade? Ich hatte... Warte mal, was ist denn das hier? Ist das der Magister? Nee, ich glaube, das sind die Viecher, die sie geholt... Also die Leute, die geholt wurden. Eins, zwei oder drei? Was? Eins, zwei oder drei? Ja, wählt einen Tunnel. Oh. Ja, links, rechts oder gar los? Tja. Wir werden halt überall fallen sein. Sie sind coming. Wir gehen den längsten Weg, weil das... Links, ich würde sagen links. Ja, dann sind wir doch schon richtig. Links ist auch richtig. Wow. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Wow. Moment. Links ist ne super Haar gewesen. Ich sehe nichts, alter. Oh nice. Ist der Hilfreicher. Ich bin schlägt. Ich bin schlägt hier. Äh. Aua. Vampirischer Schläger. Oh mein Gott, der hat mich nicht. Ähm, da da hinten. Du siehst doch immer die nächsten Flecken. Ja, wahnsinnig. Siehst du, ah, jetzt siehst du den Flecken. Ja, teilweise sind die halt hier hinter so'ner... ...hier so'n Hügelchen. Das ist frech. Wow. Oh, so'n Neonhauten. Sieht ganz cool aus, so. Guck mal, weißt du, ah, wie in der dunklen Rutsche ist. Ja, guck, isi-pisi. Zack, zack. Ja, dann tun wir das. Die Kreatur. Die Kreatur. Ist das? Oh, nee. Und zwar, nee. Schadenreflektierendes Schild. Oh, nee. Warum ist denn der Magister Humli? Was macht der denn da? Ja, der Humli. Wo kommen sie auf da? Magister Humli? Warum sind die alle anderen? Oh, nee. Oh, die sind nicht lieb. Nee, nee, sind die auch nicht. Ah, hier, guck mal, wir haben auch eins. Oh, ein Schild. Jetzt. Da ribbt ihn. Da ribbt ihn mit Gebrüll. Ah. Pff. Oh, ein trauriges Gebrüll. Warum haben wir da für jetzt einen Wärtschusswunk gefunden? Ich hab keinen Wärtschusswunk bekommen. Nein. Ist ja nicht das erste Mal. Warum mach ich denn für sowas einen Wärtschusswunk? Ihr kommt mich holen. Wir werden euch hier herausruhen. Nein. Der Ragen ist schon hier. Um mich zu holen. Der Ragen? Haben? Geraucht? Könnt ihr mir sagen, welche Richtung die Menschen verraten? Smogreen? Kamera hat ja schon grüne Augen. Bidim, bim. Er hat doch grüne Augen. Sie waren hinein ins Gebiet dem Ordre. Ich dachte, er hat dem geraucht. Warum werden die Augen eigentlich rot? Aber das... Nee, nee. Jetzt kommt doch drauf an, was man... Grünschwächer. Easy. Der ist mit dem Typ, wie passiert. Okay, gute Nacht. Das ist so gut. Vor allen Dingen hat er halt auch noch eine volle Lebenspreise, ne? Ey, Kollege. Ey. Da lassen wir schön die Finger davon. Kümmern wir uns wieder um unsere Mission. Ne, will ich nicht. Danke, umdrehen. Kann ja sagen, ich sehe das schon als Achievement. Töte alle Chucks. See that coming. Na du, das... Die Achievements... Ich freue mich schon so ein bisschen. Ah, da kommen unsere Freunde schon. Auf die Achievements freue ich mich auch immer so ein bisschen. Wo sind wir denn jetzt? Dritterakt? Oder was ist das? Ja, das ist Dritterakt mittlerweile. Und du willst jetzt mal nachgucken. Ja. Schließt ab, schließt ab, schließt ab. Springt in die Gräuble und tötet Chuck. Ja. Er hat 10 Chuck getötet, bevor er aufgehämmen hat. Nice. Okay. Ich glaube, du musst nur die drei Wege machen, oder? Weil ich das gerade gesehen habe. Also ich habe... Springt in die Gräuble und tötet Chuck. Ihr habt die Chuck-Grube geleert. Jawohl, Alter. Was ist denn das? Ihr habt einen Chuck getötet. Und ganz unten, die Verschlossenen. Übrigens, hier das Vieh fast neben dir. Mittlerweile. Und das will man so... Hi. Und das will man so angemerkt haben. Ja, also da haben wir noch Spaß. Das ist halt lustig, ja. Hast du mal in die Grube geguckt, Braham? Nein, so ist gut. Aber ich glaube, dass es nicht so schlimm ist, weil du kannst dich oben an den Rang der Grube stellen und einfach runterballern. Ja, das stimmt. Und weil wenn die dann alle hochkommen... Bis sie halb geleert ist und dann... Diese Textblase? Oh nein, tut es nicht. Wenn du ein Drachennotausschalter hast, dann gehe ich mit euch. Die Karawane können die anderen auskundschaften. Na schön. Auf geht's, Leute. Fiolisch. Loll. Also, erster Schlüssel. Oh, Schwarzlöwentrumschlüssel. Auch cool. Ne, Linienfunken. Schrift ja mal Guma-Beherrschung habe ich da noch drin. Gehst du auch, oder? Äh, ja. Jetzt hast du wieder einen Punkt mehr bekommen als ich. Okay, jetzt habe ich noch einen an der Seite bekommen. Du auch? Achso, ne. Okay, dann... Aber wir können die Nuhoch-Jagd schon mal lernen. Also ich zumindest. Ja, die tun. Das heißt, jetzt kriegen wir extra Zeugs. Und wir können Sägeblattpilze ernten. Die wissen nur noch nicht, was für extra Zeugs. Ja, genau. Ja, das werden wir sehen. Aber das nächste Nuhoch-Suhlen machen wir auf jeden Fall auch noch. Würde ich sagen. Ja, definitiv. Also, das ist... Dann bleiben wir auf jeden Fall da drauf. Bist du schon draußen? Ne. Äh, ne. Ich gehe jetzt aber raus. Äh, 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 äh. Vielen Dank.